Anlässlich der partiellen Sonnenfinsternis am 20.03.2015 habe ich in Rammelsbach bei strahlendem Sonnenschein Bilder machen können und diese als Slideshow zusammengefasst. Im Abstand von 5 Minuten sind die einzelnen Bilder gemacht worden und der Zuhilfenahme von Schutzfolie, die über das Objektiv gespannt wurde. Ich hoffe es macht euch Spaß und Tschüss, euer Werner mit deshalb aufgelistetem Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier habe ich den Landeplatz von Apollo 11 im Landegebiet im Meer der Ruhe markiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Der sogenannte Blutmond stand über eine Stunde über dem Südwesthimmel. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wenn dies der Fall war, könnt ihr es ja teilen. Und Tschüss!